Ah! Heike, hör jetzt auf mit diesem Blödsinn. Es macht doch alles überhaupt keinen Sinn, was du da machst. Glauben Sie, ich gehe 15 Jahre unschuldig ins Gefängnis? Was macht denn das für einen Sinn? Ich war 20 Jahre mit der Frau verheiratet, das macht doch viel weniger Sinn. Halt's Maul! Ich will einfach wissen, woran ich bin. Der hat ein Mördergrad zwei Geiseln genommen und du willst wissen, woran du bist? Ja, genau. Das ist deine Karre? Das ist meiner, der gehört mir. Noch gehört er mir. Wenn wir die einzigen Überlebenden auf diesem Planeten wären, ich schwöre dir eins, ich würde lieber einen Känguru ficken als dich. Das sind sehr harte Wochen. Das ist eine Geiselnahme und keine verdammte Seniorenfarbe. Er hat noch eine Geisel genommen. Den Wirtschaftsminister Jan van Möller breit. Jeezy? Frankie! Ey, pass auf, ich brauch deine Hilfe. Ich bin so richtig gemeine Schweine. Du bist dein bester Freund. Du bist deine Frau? Du hast zwei Stunden geschieben und schon holst sie sich so eine billige, degenerierte Sexmaschine ins Bett. Schnell dich ab, du Sau! Schwer ab, du Hund! Alles kompletter Blödsinn! Ach! Ah! 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 Tschüssi, das ist hier kein scheiß Hollywood-Schinken! Das ist das Problem, Gloria. Du hast einfach so gar nicht Filme gesehen. Alle großen Rätseln des Lebens werden in den Filmen gelöst. Schluss mit lustig.